Wahre Freude ist Bewegung. Die meisten Menschen haben gar nicht anerkannt, was für einen Wert Freude hat. Freude ist oft etwas, das man einfach so wegwirft als, naja, das ist jetzt nicht so wichtig, das bringt mir jetzt keinen Erfolg. Hmm, ist das wirklich so? Freude, nochmal, ist Bewegung. Das ist dort, wo du Bewegung reinbringst in jeden Bereich deines Lebens. Freude ist ein ganz riesengroßer Faktor von Erfolg. Wenn du die freudige, lebendige, generative Energie bist mit dir und deinem Körper, was kann sich da alles in deinem Leben bewegen, entwickeln, erweitern und vergrößern? Und wie sehr bist du immun gegen alle möglichen Bewertungen oder Ansichten, die von anderen Menschen auf dich zukommen, inklusive deinen eigenen? Und wie sehr bist du immun gegen diese depressive Stimmung, die gerade in der Welt so normal ist? Herzlich willkommen zu Happy Idiots, ein 3-Monate-Programm, wo wir mit Calls und den neuesten Tools Möglichkeiten erforschen. Und 3 Monate für 369 Euro, muss man da noch lange überlegen, ich freue mich auf dich.